Suchen Sie nach einem robusten und leistungsstarken Gradschleifer für professionelle Anwendungen? Dann könnte der Bosch GGS30LS genau das Richtige für Sie sein. Dieser Gradschleifer ist speziell für anspruchsvolle Metall- und Steinbearbeitung entwickelt worden und bietet eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Komfort und Sicherheitsfunktion. Aber ist er wirklich so gut wie er klingt? Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf dieses Werkzeug werfen und herausfinden, ob es Ihre Erwartungen erfüllt. Der Bosch beeindruckt auf den ersten Blick mit einem schlanken, ergonomischen Design, das für lange Arbeitsstunden ausgelegt ist. Mit nur 1,7 kg Gewicht liegt er angenehm in der Hand und reduziert die Ermüdung bei längeren Schleifarbeiten. Der schlanke Schleifspindel macht das Gerät besonders vielseitig und erlaubt es, auch in engen Räumen präzise zu arbeiten, sei es beim Schleifen von Metall oder beim feinen Formen von Stein. Mit einer leistungsstarken 750 Watt Motorisierung bietet der Bosch genug Kraft für die anspruchsvollsten Aufgaben. Die variabel einstellbare Drehzahl von bis zu 33.000 Umdrehungen pro Minute ermöglicht eine präzise Anpassung an das zu bearbeitende Material, sodass Sie immer die volle Kontrolle haben. Dies macht das Gerät nicht nur zu einem kraftvollen Werkzeug, sondern auch zu einem flexiblen Helfer in der Werkstatt. Die Bedienung wird durch eine Reihe von Sicherheitsfunktionen noch angenehmer. Kickback Control schützt den Nutzer vor unerwarteten Rückschlägen, indem es den Motor bei Blockierung sofort abschaltet. Der Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Starten und der Wiederanlaufschutz stellt sicher, dass das Gerät nach einem Stromausfall nicht automatisch wieder anläuft, was die Arbeitssicherheit deutlich erhöht. Dank der Spindelarretierung ist der Zubehörwechsel mit nur einem Spannschlüssel schnell und unkompliziert möglich, was besonders bei häufigen Werkzeugwechseln wertvolle Zeit erspart. Dieses Modell wird außerdem in einer Spannzange für 6 mm Werkzeuge geliefert, was den Einsatzbereich weiter erweitert. Ein weiteres Highlight ist die ausgezeichnete Vibrationsdämpfung, die den Komfort bei der Benutzung erhöht und für präzisere Arbeitsergebnisse sorgt. Dies alles verpackt in einem kompakten und dennoch robusten Design, das für den professionellen Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen prädestiniert ist. Interessiert? Dann werfen Sie doch einen Blick in die Videobeschreibung und klicken Sie auf den Amazon-Link, um sich dieses großartige Werkzeug direkt zu sichern. Wie bei jedem Werkzeug gibt es auch beim Bosch einige Aspekte, die es zu beachten gilt. In diesem Abschnitt werfen wir einen Blick auf die Hauptnachteile und Vorteile, um Ihnen eine fundierte Kaufentscheidung zu ermöglichen. Nachteile Schwer 1,7 kg Hoher Preis Nur für 6 mm Werkzeuge Vorteile Starke Leistung 750 Watt Umfangreiche Sicherheitsfunktion Ergonomischer Griff Gute Vibrationsdämpfung Vielseitig einsetzbar Verstellbare Drehzahl Der Bosch ist ein kraftvoller und zuverlässiger Gradschleifer, der sich besonders für professionelle Anwender eignet. Seine starke Motorleistung, gepaart mit einem ergonomischen Design und umfangreichen Sicherheitsfunktion, macht ihn zu einem idealen Werkzeug für präzises Schleifen in verschiedensten Anwendungsbereichen. Lust auf mehr Informationen? Dann vergessen Sie nicht, sich in der Videobeschreibung den Amazon-Link anzuschauen, wo Sie diesen Gradschleifer direkt erwerben können. Vergessen Sie auch nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und Ihre Meinung in den Kommentaren zu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!